Ich freue mich, dass diese Veranstaltung auf eine solch tolle Resonanz gestoßen ist und dass Sie heute Abend da sind. Auch dank an Herrn Wohlfahrt, dass er nach Sinzheim gekommen ist. Er ist, Herr Leier, das darf ich Ihnen sagen, total begeistert und wird wiederkommen, so hat er mir vorhin gesagt. Herzlich willkommen, sehr verehrte Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hierhin zu heute Abend und hier ein Menü gestalten, mit dem Team natürlich hier vor Ort für Sie zelebrieren zu dürfen und Ihnen ein paar genussreiche Stunden hier bieten zu können. Begleitet wird das Ganze natürlich von einer Lump, die fantastische Weine ausgesucht hat. Aber jetzt haben wir den ersten Weißwein auch im Glas. Sie dürfen immer trinken oder manche haben auch schon Rotwein. Sie dürfen heute genießen, wie Sie es möchten. Sie befinden sich hier in der Sonderausstellung Alpha. Die Fahrzeuge sind Leihgeber, wir haben einige Leihgeber vor Ort. Und jetzt wünsche ich uns einen schönen Abend und guten Appetit. Dankeschön.